So. So. Mhm. Oh. Das hier wird jetzt lang. Hinterhältig. Ja komm, das Secret war jetzt nicht so schwer zu finden. Was zur Hölle ist denn das? Also mit der Wand ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Achso, das ist das Secret. Ja, mir ist einfach irgendwie danach, immer wenn ich diese Köpfe sehe, sie zu löschen. Ja, genau. Er hätte noch ein Schild hinstellen sollen. Das ist keine Falle. Blazing Scepter, oh. Blazing Scepter, Fireburst, Fireblast and Fireball deals more damage. Schön, kann ich nur nicht, ist nur zu schwer für sie gerade. Ja, sie hat ja schon das hier Battle-Magic-Equipment, aber das... Obwohl, das ist eigentlich schon ein Stück mächtiger. Muss ich mal gucken, wie ich das bei ihr umsortiere. Und ja, jetzt habe ich zwei Hitzesteine. Das ist schon mal gut. Und... Mehr Firemagic für sie, Flamewind. Wizard Fire Spare. Hm. Viermal Feuerschaden in einem 5x5-Feld. Das ist auch nicht schlecht. Und noch eine von diesen Pflanzen. Okay, jetzt werde ich erstmal versuchen... Au. Mich abschießen zu lassen, weil das macht schon viel Spaß. Ich glaube ja, das sind die Flammen. Au. Die diese Geräusche machen. So, noch ein Secret. Eine Silbermünze für dich. Noch ein Coolstone für dich. Essen. Wildfire. Ist ein Pyromancer Spell. Etwas zu essen für dich. Eine Mana-Pflanze für dich. Und weg mit dem Ding. Au. Mist. Jetzt habe ich nicht aufgepasst gehabt. Ah. Also. Autosave laden. Das Secret nochmal neu entdecken. Da ging es dann. Ja. Hier ist noch alles safe. Das war dumm von mir. So, Sack. So. Das zu ihr. Das ist der Pyromancer Zauber von mir. Das ist das. Und das kann weg. Ich habe irgendwas. Irgendwas auch. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gut gemacht. Nee, doch noch nicht ganz. Weil ich hier noch nicht war. Oh, wer hat mich das jetzt getroffen? Ich glaube, es ist das. Hm. Au. Ja, hier war der Edelstein. Was spuckst du jetzt? Jetzt spuckst du Eis, aber nur noch auf die Fläche vor dir. Okay. Wenn ich Feuer reinlege. Was passiert dann? Überhaupt nichts. Okay. Gut, das ist schon mal gut zu wissen, dass man mit den Cool Stones die Spucker ein bisschen... ...verärgern kann. Nein. Kann da zwar was in den Mund reinstecken, aber ich weiß nicht, ob davon irgendwas was bringt. Vielleicht kann ich da Cool Stones reinstecken, um die Dinger zu löschen. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Okay. Das sieht hier nur so komisch aus. Ich dachte, da würde was drin liegen. Ja, den hatte ich schon. Leute. Musik, das war das nicht okay? Leute, Herr Rose! Sie müssen gesessen weiter. BIED bis 11 DIN Nö. Okay, gib den Stein mal wieder her. Ich habe ja drei Stück, oder ich habe zwei gefunden hier. So, jetzt sind die beiden auf jeden Fall nicht mehr gefährlich. Und ich kann hier in Ruhe nach Knöpfen oder Ähnlichem suchen. So, hier war auch kein Knopf drin. Hier war auch nur eine Sackgasse. Hier war das Secret. Ich glaube nicht, dass wir hier in einem Secret was finden. Hm. Äh, Licht. Ah! Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017